Hallo, ich bin Kirsten. Ich habe im Juli die Lernquatch-Ausbildung bei Genialico gemacht und habe super viel Spaß daran gehabt, wie man Lerntypen erkennt, wie man Lerntechniken vertiefen kann, was man auch für Ziele hat, wie man diese Ziele dann letztendlich sich selbst steckt und auch erfüllt. Die Ausbildung war grandios und ich freue mich auf weitere tolle Tage, tolle Coachings mit der Alexandra und freue mich natürlich auch, wenn ich dann meine eigenen Coaches habe und denen auch so viel vermitteln kann, dass die ins Leben steigen, ohne Angst, mit Spaß am Lernen. Vielen Dank.